Als er ging, wurde er zum Mythos. Mythos wurde Legende. Geschichtenerzähler raunen nur geheimnisvoll seinen Namen. Es ist ein Sturm aufgezogen und unsere Welt befindet sich im Wandel. Vor langer, langer Zeit ließ er für uns kleine Sterne ewig leuchten. Nun, im Anbeginn neuer, schwerer Zeiten, kommt er wieder zu uns Menschen, um uns in unseren Nöten und Ängsten beizustehen. Selbst dann in pechschwarzer Nacht findet und leuchtet er uns den Weg. Er ist wie ein Licht in dunkler Nacht, der Sternenreiter. Ab dem 16. Mai im Handel erhältlich und ab dem 14. Juni als Hörbuch. Jandus Sternenreiter. Wie ein Licht in dunkler Nacht. Wo jisch Ouiemann investiert. Jandus Sternenreiter. Jandus Sternenreiter. Ziger Silozer fort.